Hi, ich bin's wieder auch mit JJ und ich hab grad Fernsehen geguckt und hab diese Gummiwürmer hier gegessen. Oh, einer ist runtergefallen. Und dann ist mir die spontane Idee gekommen, weil ich hab das so durch meine Haare gedreht und dann hatte ich die auf einmal in den Haaren. Und dann ist mir die spontane Idee gekommen, wenn ihr keine Lockenwickler habt, dann könnt ihr einfach diese Gummiwürmer nehmen. So, ich zeig euch mal kurz, wie es geht. Also, ihr nehmt so einen Wurm, nehmt eure Haarsträhnchen, wickelt ihr das Würmchen da so auf. Oh Mann, nochmal, das war ja nichts. So. Und dann macht ihr da irgendwie da oben so zu. So. Und das hält perfekt. Und wenn ihr das dann noch ein bisschen nass macht und so, und das dann noch föhnt und ihr das dann rausnehmt, dann habt ihr Locken auf jeden Fall. Hält perfekt. Ich finde also, man könnte auch so eine Frisur noch machen, ne? Sieht auch ganz süß aus. Pau! Und dann gehst ș gegen drauf. Und dann die Farbe. Und dann geht's doch auf jeden Fall. Vielen Dank.